Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich einmal wieder eine Antwort von Anthony übersetzen. Und zwar hat ihn jemand gefragt, kann man auch zu viel Obst und Gemüse essen? Ich bin nicht sicher, wie viel Obst und Gemüse ich essen sollte. Anthony antwortet, das ist eine wirklich gute Frage. Manche Menschen machen sich Sorgen, wenn sie zu viel Obst essen oder wenn sie zu viel Gemüse essen. Sie haben das Gefühl, es fehle ihnen Protein. Aber die Wahrheit ist, wir essen nicht genug Obst und Gemüse. Die menschliche Rasse im Grunde ist nicht genug Obst, Gemüse und Blattgemüse. Also unterm Strich geht es darum, lasst uns hier ehrlich sein, wir haben nur etwa knapp 80.000 Mahlzeiten in unserer Lebenszeit. Ich habe das früher schon mal gesagt, also in etwa 80.000 Mahlzeiten in einem Leben. Das ist jetzt nicht wirklich viel, keine wirklich große Zahl. Denkt einfach mal an 80.000, 80.000 Murmeln, 80.000 Haare auf dem Kopf oder so. Aber es ist nicht wirklich eine so große Zahl, wenn man mal genauer darüber nachdenkt. Und das heißt für uns, dass jede Mahlzeit uns helfen sollte, dass wir von ihr profitieren können sollten. Sie muss fruchtbar sein. Sozusagen fruchtvoll und gemüsevoll. Also darum geht es. Und irgendwie verlieren wir uns da aber. Wir werden faul. Und wenn es um Obst geht, dann nehmen wir vielleicht ein paar Mal in der Woche in unserer Brotdose auch einen Apfel mit, wenn wir Glück haben. Vielleicht essen wir in der Weihnachtszeit auch mal eine Mandarine oder eine Orange. Ich meine, ich habe über die Jahre mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen. Und ich habe da Leute getroffen, die seit über einem Jahr kein einziges Stück Obst gegessen hatten. Und nicht, weil sie es jetzt absichtlich aus irgendeinem Grund gemieden hätten. Nein, das war es nicht. Das einzige Obst, das sie zu sich genommen hatten, war ein bisschen Erdbeer auf einem Erdbeerkuchen. Oder ein paar Beeren in einem Fruchtjoghurt. Und vielleicht waren die dann nicht mal echt. Ihr wisst schon, so ein richtig schlechter Billigjoghurt mit Fruchtgeschmack. Also es war nicht so, dass sie jetzt absichtlich Obst meiden wollten. Aber es ist einfach, Obst und Gemüse zu meiden. Also, wie viel isst du? Wie viel isst du wirklich? Ist es ein Apfel am Tag? Eine Banane? Wir müssen zur Kenntnis nehmen, da geht immer noch mehr. Da ist noch Spielraum für mehr Obst und auch für Gemüse. Das gleiche gilt für Gemüse auch. Die lustige Sache ist, Menschen können ihr Leben leben und Erbsen und Mais essen und denken dann, dass sie damit ihr Gemüse hatten. Sie können ein paar Erbsen essen zu einem Stück Hühnerfleisch und ein bisschen Mais. Und vielleicht dreimal die Woche ein bisschen Brokkoli. Ist das genug Gemüse? Nein, das ist es nicht. Nun, vielleicht bist du jemand, der einmal am Tag einen Salat isst. Das ist ein großartiger Start. Aber es sollten Obst und Gemüse in jeder Mahlzeit sein, um das Richtige zu tun, als Ausgleich für all diese anderen Mahlzeiten, die eben nicht so gut waren in all diesen Jahren. Es hängt auch von deinem Alter ab. Weißt du, wenn du 30 Jahre alt bist, dann hast du vielleicht 30 Jahre lang nicht so gut gegessen. Und das macht eben aus, wie viele Mahlzeiten von nicht so guter Qualität waren, die nicht so positiv waren in diesem Diagramm der 80.000 Mahlzeiten in einem Leben, über das ich gesprochen habe. Schau mal, ob du vielleicht bei 20.000 von diesen 80.000 etwas versäumt hast, weil sie schlechte Mahlzeiten waren, eine schlechte Wahl. Wir haben da etwas gut zu machen. Wir haben etwas aufzuholen. Das haben wir wirklich. Also ja, es gibt niemals zu viel Obst, niemals zu viel Gemüse, zu dem auch Blattgemüse gehört. All das wollen wir essen. Und zu Obst gehören auch Gurken, Tomaten und die verschiedenen Kürbissorten. Auch Zucchini, das sind alles Früchte. Das brauchen wir. Und natürlich Gemüse. Wir brauchen unser Blattgemüse, unser gedämpftes Gemüse, wenn wir können. Brokkoli, Blumenkohl, Spargel ist ein wirklich gutes Gemüse. Ich meine, nehmen wir nur mal Spargel. Ich habe gemerkt, dass die Leute das dreimal pro Jahr essen. Dreimal im Jahr. Ist das genug? Nein, es ist nicht genug. Besonders, weil Spargel eines der krebsbekämpfenden, machtvollen Nahrungsmittel auf diesem Planeten ist. Also, was sollen wir tun? Nun, wir müssen das Obst und Gemüse in unserer Nahrung erhöhen, um die Frage zu beantworten. Das müssen wir einfach. Wir müssen genug davon essen. Je mehr du davon isst, desto besser geht es dir. Daher kommen deine Ballaststoffe. Woher sonst sollen die denn kommen? Sind es nicht die Fasern, die Ballaststoffe, die uns im Darmtrakt gesund erhalten? Ja. Also, es ist eine wirklich gute Frage. Ich werde bei diesem Thema leidenschaftlich. Ich habe erlebt, wie Menschen durch ihr halbes Leben gegangen sind oder durch drei Viertel ihres Lebens mit ein bisschen Mais und ein paar Erbsen und ein bisschen Hühnchen. Ich meine, ich sage nicht, das ist jetzt alles schlecht. Ich sage nur, da ist Raum, um zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Und dann sehe ich Menschen, die glauben, dass sie das großartig machen mit diesem einen Salat am Tag, dass das eine außerordentlich gute Ernährung ist mit diesem einen Apfel am Tag und einem großen Salat. Und auch das ist aber nicht genug. Du solltest also einige Beeren essen, Äpfel, Datteln, Avocado, auch das ist eine Frucht. Aus der Gemüseecke Spargel, du dünstest dir ein paar Artischocken und dann auch ein bisschen Knollengemüse. Das ist großartig. Es gibt unterschiedliche Kartoffelarten, zum Beispiel auch violette Kartoffeln, die sehr gut sind für deine Gesundheit. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, um bessere Nahrung in deinen Körper zu bekommen. Das ist wichtig. Du sollst auch die Kräuter essen, zum Beispiel die, die man Blattgemüsekräuter nennen könnte, wie den Koriander, Petersilie, Dill und so weiter. Also ja, es gibt immer noch Raum für Verbesserung, Raum für mehr. Baut da keinen Stopper ein, keine Bremse. Bitte kein Bremssystem bei eurem Obst und Gemüse. Wenn ihr sie gedünstet mögt, dann dünstet zum Beispiel grüne Bohnen und esst sie. Wenn ihr Erbsen esst und sie gern mögt, bei Erbsen ist es ganz wichtig, dass sie biologisch sind. Das ist die eine Sache bei Erbsen und da rede ich jetzt gar nicht unbedingt von den Pestiziden, sondern es geht mir in diesem Fall darum, dass es dann unwahrscheinlicher ist, dass sie genmanipuliert sind. Also da gibt es Spielraum, Raum um zu spielen. Und ihr nehmt da einen Tag nach dem anderen. Das ist die beste Art, das zu handhaben. Das war eine fantastische Frage, danke. Ja, es ist hier in Österreich Samstagmorgen, schön sonnig draußen. Es hat mich jetzt sehr motiviert, das zu übersetzen. Und ich habe jetzt gerade so nachgedacht, also ich habe auf jeden Fall zu den Menschen gehört, auch wenn ihr euch das vielleicht schwer vorstellen könnt, aber so ist es, die nicht gern Obst gegessen haben. Also ich musste mich überwinden, einen Apfel zu essen oder eine Banane. Also ich, auch ich bin, glaube ich, über Wochen an Obst und Gemüse im Geschäft vorbeigegangen. Also ich habe definitiv zu denen gehört, die den Apfel auf dem Apfelkuchen hatten. Und wenn ich das jetzt mal so ausrechne, habe ich sicherlich schon über 40.000, also über die Hälfte der Mahlzeiten meines Lebens, zu mir genommen. Und ich bin nicht sicher, ob überhaupt 20.000 davon okay waren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich weniger. Obwohl ich nie gern Fleisch gegessen habe, keinen Alkohol getrunken und so. Also ein paar Dinge waren okay. Aber Obst und Gemüse war definitiv Mangelware. Ja, und also jeder kann sich da echt umstellen. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe weder Obst noch Gemüse gern gegessen und schon gar nicht roh. Ja, also man kann sich da wirklich umtun, wenn einem das einleuchtet. Und es gibt auch so viele leckere Dinge, die man noch gar nicht ausprobiert hat. Und ja, ich bin jetzt auch wieder noch mehr motiviert, auch mich noch mal mehr zu öffnen und diesen Spielraum zu nutzen und noch neue Dinge auszuprobieren. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen von meiner Motivation und vor allen Dingen von Antonys Motivation weitergeben. Und jetzt gehe ich raus in die Sonne und wünsche uns allen ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.